Hallo und herzlich Willkommen in einer Runde Fortnite und du und mein IT Team. Wir gehen direkt raus. Wir gehen direkt runter und wir gehen dann noch direkt los. Direkt raus und direkt los. Moin Moin. Direkt raus. Oh, da sind viele. Ja, ne Menge. Gehen wir mit? Gehen wir hier vorne oder? Ja, wir gehen direkt hier vorne. Okay, auf blau, okay. Hier auch Stark. Nimm die Kiste mit oder was so ist. Oh, hier landet auch einer. Keine Waffe. Bruder, keine Waffe. Mann, was rennen hier viele? Bei mir ist einer, Tony. Bei mir auch, aber ein Nockt. Hello. Nur ne Gammelwaffe. Hat er denn eine Waffe dabei? Weiß ich nicht. Kein Leben, Alter. Mein Geschütz ist das, was er mal an ist. Nehmen wir! Alter, ich bin erschrocken. Ich hab keine Money mehr, fuck. Ich bin nur dem eher. Ich hab jetzt noch ne Stummgewehr, aber ich brauch HP. Minis, komm her. Hier ne Minikit. Da vorne ist einer. Hier kommt einer. Unter uns. Zwei Sekunden, zwei Sekunden. Und Mini noch. Unter uns. Ja, warte, warte, warte. Der kommt. Und? Der haut ab mit dem Raketen-Ding. Da ist noch ein Ding. Hier, nimm den Mittleren. Nimm den Mittleren. Ich hab schon. Aber ich kann ihn noch mitnehmen. Hast du Minis bei? Hier. Ne, gar nichts. Hier, ich hab noch ne Stummgewehr für dich. Ja, was mach ich weg? Irgendwas. Ich weiß auch nicht. Ich hab die grüne MP weggemacht. Ich geh mal einen runter. Ja. Okay. Geh rum und geh hier wieder rein. Scheint ruhig zu sein, so ein bisschen. Aber ein Ding ist das dann natürlich auch zu viel, ne? Oh, Munitionskitzel. Aber hier wurde noch deutlich geballert. Hier wird noch geballert. Ja. Alter. Ich werd beschossen, ich werd beschossen. Ja, ich komm. Alter, ich bin ganz nach unten gefallen. Ich werd verfolgt. Ah, das ist der KI. Ja, hab ich jetzt auch gemerkt. Schön. Was hast du mit der anderen KI gemacht? Äh. Wollte ich auch grad nehmen. Ach so, sorry. Die hat nur nen Headshot gekriegt von mir oder nen Schuss auf jemand von mir gekriegt. DMR hier und Minis hier oben. Ich kann Minis nur noch ein nehmen. Pass auf, mit den Geschützen. Da ist ne Kamera, Kamera. Nach Kameras war das. Äh, hier rennt ein richtiger. Ja, ich hab's gehört. Ne, das ist ne. Ja, das ist ne. Ich hab mal was aufgestellt, falls uns irgendjemand von hinten auf den Sack gehen will. Hab ihn. Ja, hier kommen Regner. Ja. Hinter dir einhild, dann ist er weg. Hab ihn. Oben. Hab ihn. Aha, ist hin, schön. Ja, ja, ist down, ist down, ist down. Hat er noch was gehabt hier an Waffen oder was? Die Kamera weggemacht. Das Goldenes. Komm, ich nehm das erst mal mit. Äh, das ist ja ein P hier. Und jetzt darfst du hier von nichts berühren, Eike. Von den Lichtschranken hier. Ja, warte, warte. Oh, was? Die haben sich umgestellt. Das hat sich umgeändert. Die, die, das hab ich noch nicht gehabt. Dann mach die Tore kaputt. Die, die haben sich gerade umgeändert, die Lichtschranken. Das hab ich noch nicht gehabt. Okay. Sag kurz nach. Oh, warte. Jetzt dürfen wir nur eine Sache nehmen. Machen wir erstmal die Kiste auf. Eine normale Kiste. Und nicht bei den Sachen beigehen. In den Schränken hier. Das sag ich dir. Kann jeder eins nehmen? Nein. Hier DMR, falls du haben willst. Ähm. Mach die Kisten kaputt für Heilung. Für Heilung. Mach die Dinger kaputt. Ja. Ja. So, pass auf. Ey, es gibt wieder Schlürfsaft. Wieder. Ist doch der dicke Schlürfsaft, oder nicht? Von damals. Was ist der dicke? Der da? Der hier. Ja. Stehlen. Ein Oceans enormer Saufkrug. Mythisch. Und das hier ist... Ja, der macht alles vor. Leben und Schild auf einmal. Instant. Tinas Kabumbogen. Mythisch. Was wollen wir denn haben? Nimm das, was du haben willst. Was hast du für Heilung dabei? Dicke? Nur Minis. Trag. Trag die auch mal bitte. Dann nehme ich die mit. Ich hole die mal raus. Warte. Erstmal mach ich voll. Okay. Du kannst nämlich nur eins von beiden stehlen. Du kannst nur eins von beiden stehlen. Ich auch? Nee, nur eins. Insgesamt. Hab ich jetzt mitgenommen. Und jetzt kommen mir Gegner. Pass auf. Von vorne müssen vielleicht... Hier müssen irgendwo Gegner kommen mit. Chais. Jo. Alter, so wegen so'n Saufpack hat sich das gar nicht gelohnt. So viel Schaden, wie ich schon gekriegt hab. Können wir die nicht eigentlich alle umlaufen? Ja, die machen ja auch nicht viel Schaden oder so, ne? Ja. Oh, wait. Wait. Ist hier noch eine? Die war letztens noch ne Kiste. Ne, okay. Alter, hier ist ein dickes Geschütz. Ja, die hast du wohl an beiden Ausgängen. Hier kann man gar nicht raus. Du musst einfach schnell dran dabei rennen. Jetzt weiß ich was du meinst, dass es die aushält. Ja, renn einfach dran dabei und nach oben wieder. Okay. Geh und jetzt? Blau MP. Hier ist noch ein Puffy. Nehme ich mit. Hier ist noch ein Puffy. Kannst du nicht mitnehmen, ne? Ne, aber ne goldene. Oh, ne goldene. Oh. Ne goldene? Pistole. Grün. Echt? Mhm. Oh ja. Hä? Ist da so goldig aus. Haha. Gehen wir hier hoch. Gucken wir, was wir hier noch alles so finden. Oh, da war noch ne Tür. Guck mal da rein. Gucken wir die Räume mal durch, was wir hier noch finden. Nix. Wie viel Stummgewehrmonie hast du? 266. Äh, blaue DMR. Jaaaa, nehm ich nicht. Ich hab, äh. Oh, würde ich. Kann ich nehmen. Welche Farbe ist das? Hier, warte mal. Ich hab ein goldenes Haarbok, wenn du da Bock drauf hast. Ja, besser als grünes. Ah, ich hab die nämlich in lila noch. Ich spiel die lieber. Ich nehm jetzt noch Minis mit, ne? Weil ich's kann. Ich hab, ja, ich hab sechs Minis und drei. Sonst nehm ich Heilspray mit. Ja, warte. Kann man machen. Warum hat sich meine Bildfarbe so geändert? Naja, das kommt, weil wir hier im Kriegsdingsbum sind. Hier ist noch ein Pfuffi. Naja. So ich Heilsach nix. Da werden wir auch Musik, wenn wir hier weggehen. Wenn du Minis mitnehmen willst, dann nimm die. Okay. Da oben. Aber ich hab drei schon. Ich komm ihn jetzt hoch. Wo sind die? Da. Okay. Hat jetzt hier nicht so wirklich gelohnt, sag ich mal, ne? Ähm, ne. Aber es kann mal besser laufen, kann mal schlechter laufen. Weiß halt nie was da ist, ne? Was da am Loot ist. Ah, okay. Aber es ist halt nicht schwer, ne? Es sind ja nur KIs, sag ich mal. Ich mach jetzt ja nicht Unmengen am Schaden. Die. Dinger, mach. Kick. Ne, KI, KI. Ja, alles gut. Die, drei Stück. Ich bin schon weitergegangen, Toni, ne? Ja, alles gut. Ist das ne KI, die hier läuft? Ja. Drei Stück sind das bei dir. Okay. Hier, guck mal, pass auf. Äh, okay. Geht ins Flugrad nicht, oder? Okay, Rambock. Guck mal hier. Hahaha. Was ist das denn für ein Scheiß? Rennen und die ganze Zeit R3 Spam zum, äh, hin, äh, zum Crouchen, also zum Sliden und wieder zum Hinstellen. Also da kannst du richtig mit schieben. Aber das geht irgendwie nur bei gewissen Untergründen. Ja, auf der Straße, hier. Und ich hab fast unendlich Ausdauer dann. Na. Dann muss ich erstmal auf Speed kommen. War ein Quatsch. Ah, hab ich letztens entdeckt. Wie buche ich nochmal? Äh. Oh. Hahaha. Hahaha. So nicht. Keine Ahnung. Kreis nicht. Ich fährst, ne? Oh. Ich wollte... Ich will das Radio aus haben. Ich kann das Radio nicht ausmachen. Hier, guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Hahaha. Ja, ich hab's gesehen. Hä? Warte, ich muss das Radio ausmachen. Wie mach ich das Radio aus? Was? Keine Ahnung. Was fragst du mich? Ich wusste nicht mal wie man huckt. Fahr mal ein Stück zurück bitte. Radio aus. So. Fahr mal zurück zur Hütte. Ich kann das Radio nicht ausmachen. Ich streike und das Radio geht nicht aus. Unge, bin ich gelaufen, bin ich zehnmal da. Jetzt ist Radio aus. Was soll die Scheiße? Wieso geht das Radio an? Ich will hier kein Radiolaufen haben. Was für die Kiste? Ja, Minis. Blaue Shotgun. Hier aber ne Scharfzahn, die schießt langsam dann auf die Schuss. Ja, ich hab ne blaue Infiltrator. Ja, ich auch. Schießt du? Nein. Ein Hit noch. Hab ihn. Ja. Ja. Haben wir weggemacht? Ja. Wie sehen? 2 Hits gegeben. Hab nicht getroffen. Ja, ja. Ich geh jetzt dahin. Brauchst du nicht mehr? Lass mir die Muni. Oh. Oh, ich wollte das nicht tauschen mit dem grünen Ding. Ich wollte nachladen. Ah, die Muni brauche ich nicht. Aber. Oh. Ruhige Hände. Hab ich das gerade mal ausgesehen, da muss ich mich dahin geslidet bin, ey. Alter. Oh, hier können wir noch einnehmen. Da oben ist auch noch eine KI. Vielleicht hat die noch was zu verkaufen da oben. Die kannst du doch, äh, so als verbündet mitnehmen, ne? Ist ne andere. Okay. Wegen das diesen Ding, aber jetzt nimmst du die Muni, oder? Ja. Ja. Die wurden auch geschossen, hast du gesehen? Äh, gehört? Doch, weh. Richtung weh. Ja. Sag mal die Sniper kurz nach. Guck mir das mal an. Von rechts hat auch noch irgendwas geschossen. Keine Ahnung. Selten MP. Bitterer Schild. Mhm. Nix besonderes. Mets spray. Okay. Also nix, nix besonderes. Oh, da kannst du auch Keys. Ne, 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 ne epische Doppelmagazinstumgewehr kannst du da kaufen. Schlüssel kannst du kaufen. Und rekrutieren. Soll ich... Zehn Ruhm. Ja, rekrutieren. Ja, hab keinen Ruhm. Jetzt nochmal rum. Nochmal dicke... Dicke, dicke Dinger. Sollen wir die Gegner mal... Sollen wir da mal hin? Können wir? Ist ja alles mit Fuffis. Wenn ich mich gleich heilen muss, weiß ich wo ich hingehe. Ja, echt. Hier unten liegt auch alles voll. Hier liegen drei Stück insgesamt. Hier liegt auch noch einer. Also vier dann. Wir können hier auch noch Waffe verbessern, ne? Ja. Oh, hier bei mir wird geschossen. Mit wem? Einen knocked. Down, ja. Von rechts wird auch noch geschossen. Ne, das ist ein anderer. Ne, das sind NPCs. Von links auch, Toni. Von links hinter uns. Jo. Hier bei uns, wo wir wegkommen, aus der Scheune, kommt er raus. Down. Schön. Ja, ich hab durchs Gebüsch geschossen, ey. Hab ich gefinished? Nice. Alter, hier liegt alles voll Mittlerer. Sniper-Money mitnehmen. Jo. Oh, der hat auf mich geschossen. Ja, ich weiß, ob's gehört. Der ist... Bei welchem Baum? Oh, der läuft nach rechts. Oh, andere Seite hat ja auch einer auf mich geschossen. Der kommt ran. Der geht von W jetzt fast. Ne, hier. Die schießen aufeinander, ja. Ja. Dem meine ich ja. Fast tot, fast tot. Bis down. Fertig. Die anderen rechts aber nicht. Richtig. Die schießen schon wieder auf welche, wa? Ja. Da war was. Da sehe ich welche. Ja. Ich sehe einen. Ja, ich auch. Down. Headshot. Schön. Hast du Sniper? Oh, schön. Ja. Scheiße. Der ist ins Haus rein. Der will ihn wieder belegen. Bei all dich. Ich bin grad da. Ja. Hab ihn. Schön. Hinter dir. Ich helfe. ein Hit noch aufs Saft. Jo. Da kannst du ja wie die Krone. Äh. Ich heile mich kurz. Ich muss auch Goldsäfte mitnehmen. Hast du noch einen Dicken? Ja, dann nimm schlürf. Ich hab gar nichts. Hier, nimm du da für das Doppelmagazin Harburg mit. Du hast doch noch Fuffis. Hier. Die hat drei Stück. Ja, die brauche ich jetzt gleich. Ah. Ah. Alter, die waren richtig gut ausgerüstet. Jeder, die nochmal in Gold. Ähm. Warte. Ich hab nur einen Goldsäfte. Egal. Ich hau jetzt im Hatspray rein. Und dann mittlere. Und dann holen wir uns die anderen mittleren wieder. Genau. Gib mir jetzt mal einen mittleren bitte. Hab ich. Liegt da. Sehr schön. Wir müssen eh zurück. Passt ja. Ist das eine Strohflinte? Ja, passt. Doch, das eine ist die. Okay, wenn du voll hast, dann lass ihn zurück. Lass ihn ein. Für voll. Schild noch ihm holen. Ja, warte, jetzt haben wir ein Goldes Stimmgewehr. Jetzt will ich mir eine Pumpe eigentlich noch irgendwie aufrüsten oder so. Hm. Ich hab auch noch den. Steps. Ja. Die Richtung. Komm hoch. Komm hoch. Hinterm Fenster. Hinterm Fenster hat mich gesehen. Hinterm Traktor. Hab ihn. Ah, schön. War nur einer? Ja, ist down. Sniper Moni nehme ich mit. Ja. Okay. Ähm. Wir sind auch nur noch neun insgesamt am Leben. Wir können ein bisschen langsam weiterlaufen wegen der Zone. Ich rüste meine Pumpe. Ah, das kostet so viel. Ich will nur noch neun insgesamt am Leben. Ich will doch sparen. Dann spar. Der hat die Pumpe und die Experten schrubst und ich weiß nicht welche Becher besser ist. Kommst du? Ja, ich komm. Wo bist du? What the fuck? Äh, geradeaus. Da, ich wollte grad sagen, hä? Ich hab die Namen gar nicht mehr gesehen. Ich hab keine Lust auf den Zonen Kampf gleich. Profis hast du voll, ne? Ja, drei Stück und sechs Minis. Okay, ich hab noch sechs diese Packs. Einen Goldsaft. Diesen, weißt du, den normalen schlüffenden. Und diesen extremen mythischen. Ja, weiß ich. Den schmeiß ich, wenn wir... Den mythischen, den musst du zehn Sekunden lang trinken, ne? Ne, den kannst du bestimmt schmeißen, oder nicht? Ne, den musst du trinken. Zehn Sekunden. Und dann... Das ist der von damals. Hast du Leben und Schild voll. Komplett. Ja. Ui. Zehn Sekunden, ne? Neun Leute. Und es wird nicht geballert. Sieben Gegner. Die müssen sich jetzt schon wieder zuerst bekriegen, eigentlich, ne? Sonst sind wir wieder am Arsch. Ja, sechs noch. Wir warten hier. Da, gegenüber. Richtung Null. Ich hab keine Sniper. Da. Geht runter. Okay, jo. Sehen. Aber jetzt... Rechts auch. Ja, die müssen nicht so... Fünf Gegner noch, Toni. Ja, die gehen da lang, auf jeden Fall. Das ist für uns gut. Lasst ihr da ruhig hingehen. Hoffentlich fällt die nächste Zone hier wieder auf unsere Seite. Ja, wir warten kurz. Guck die ganze Zeit hinter uns. Ja, ich bleib ein bisschen in der Baum. Denk dran, dein Scope leuchtet auch, wenn du guckst. Ja, ich hab nur ganz kurz immer. Ja. Oh, rechts lang. Wir gehen zu Slappy. Steamy Springs. Wieso? Die neue Zone. Wieso? Die neue Zone. Die neue Zone fällt hier nicht über uns. Nein. Ein bisschen Ausdauer sparen, falls wir gleich in den Kampf kommen oder so, dass wir ein bisschen Rennen kommen. Zwei Gegner nur noch. Ein Team. Das wird das wahrscheinlich sein, was wir grad gesehen haben. Hab ich hier was gehört? Nee, das warst du. Okay. Hä? Aber dann da, wo grad Schüsse gefallen sind, muss da das Gegnerteam sein, oder? Ja. Das sind wahrscheinlich genau die, die wir gesehen haben. Ja. Oh, das Wasser stellt jetzt auch Schild wieder her, wo du drin bist, ne? Und diese Pools und so. Kannst überall einmal reinspringen, um 25 zu regenerieren, glaub ich. Oder was das waren. Ein bisschen mehr sogar als 25. Du hast ne Sniper, ne? Ja, ich will die aber ungern grad benutzen. Außer ich seh die jetzt so. Wir müssen gleich hier kommen, Toni. Ja. Hier ist die allerdings nicht. Hier ist immer noch Deckung. Die fahren mit dem Auto. Ja, ich seh sie auch gerade, ja. Fahr nach rechts. Autsch! Der andere hat auf mich geschossen. Übelst gut. Wo sind die? Von wo? Genau wo ich markiert hab. Hast du nen Goldsaft? Ich trink beide. Wie beide? Mit noch mittleren. Achso. Die machen mich voll. Ja. Ich nehm auch nen Schuss. Auf mich schießen sie auch. Ich seh nicht von wo. Muss hier woanders sein. Oh, da. Da unten an der Insel. Markier. Da. Und der andere? Der, weiß ich nicht. Dann wird er schlechter sich von wo. Da unten an oder ich hab keine Ahnung. Oh, wir müssen zu denen, ne? Ja. Hier rechts ist ne Seilbahn. Hier rechts. Hier oben bei mir. Die fahren mit dem Auto. Ja, komm her. Oh, der steigt aus. Oh Gott. Muss mich heilen. Nein. Ich bin im Wasser. Nein. Ich sterbe. Ich... Oh Mann, ey. Ich konnte da nichts... Ich bin tot. Ich... Ich... Du blockierst mich. Ich muss hoch. Ich sterbe an der Zone. Ich muss sich heilen. Wir haben hier einen Geschützing. Scheiße. Ich konnte mich da nicht heilen, Alter. Ich fall runter ins Wasser, ey. Oh, übel. Aber gute Runde. Die waren stark. Ja. Die haben uns gut aus der Ferne beobachtet. Oh, das war dumm, ey. Gleite ich da runter. Kann nichts trinken. Ja, schade, Leute. Das war... Bis dahin ne gute Runde. Das war nix. Aber naja. Äh... Ja, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Runde. Geben wir uns da mehr Mühe. Ciao, ciao. Ciao.